Die kunstwissenschaftliche Analyse. Heute das beeindruckende Werk von Daniele Negroni, mit dem schon subtil in dem Bild eingebundenen Titel Crazy. Der Künstler wollte mit diesem Selbstporträt eindeutig eine Hommage an die klassische Darstellung des Heilands schaffen. Die roten Stremen an der Stirn, eine Anspielung an die Dornenkrone, die unser Herr Jesus Christus bei seiner Kreuzigung tragen musste. Das bekannte Lächeln der Mona Lisa, ohne die Zähne zu zeigen, schmückt sein Gesicht, ist doch das herzhafte Lachen in der klassischen Kunst gemieden worden, da es als unchristlich angesehen war. Im Werk von Daniele Negroni finden sich weitere Anspielungen auf christlichen Glauben. Sofort fällt unten rechts das Sternbild der Taube auf. Ein Hinweis auf die biblische Erzählung der Sinnflut, in der eine Taube einen Olivenzweig zu Noah auf die Arche brachte. Höchstwahrscheinlich. Die exzessiv im Hintergrund verteilten weißen Flecken weisen konträr zum bisher christlichen Bild auf exorbitant ausartenden Geschlechtsverkehr hin. Ein atemberaubendes Kunstwerk. Dem Künstler gelingt die Darstellung des Bruches zwischen Glaube und Sexualität. Need for Speed Most Wanted. Ja, das Spiel heißt genauso wie sein Vorgänger aus dem Jahr 2005. Da wurde jemand aus der Namensgebungsabteilung einfach ganz schlecht bezahlt. In Need for Speed Most Wanted müsst ihr Auto-Fan. Und ihr müsst Verkehrsverbrechen begehen. Und der Polizei davon fahren. Denn ihr wollt zu den Most Wanted gehören. Den am meisten gesuchten Autofahrern mit den geilsten Karren. Und da gibt es, ich sag mal, interessante Anfangssequenzen. Im Spiel gibt es übrigens 10 Most Wanted Autofahrer mit geilen Karren, die ihr besiegen müsst. Und wenn ihr sie besiegt habt, dann müsst ihr nochmal deren Auto rammen und zum Schrott fahren, damit es euch gehört. Ja, ich hab ihn besiegt. Jetzt gehört mir dieser Haufen Metallschrott. Yay! Äh, keine Sorge, Reparaturkosten gibt's einfach mal nicht in der Welt von Need for Speed. Da fährt man dann einfach durch so ne Tankstelle durch und hui, alles sieht wieder geil aus. Generell sieht alles in diesem Spiel so ein bisschen geil aus. Die strahlenden Lichteffekte. Der leichte Staub auf der Kameralinse. Die glitzernden Pfützchen auf der Straße. Das Spiel sieht sogar so geil aus, dass die Playstation 3 die volle Ausmaße der geilen Grafik gar nicht mehr unterstützt. Das kriegt man nur noch mit so High End PCs hin. Das Spiel sieht aber auch mit normalen Grafikeinstellungen ganz nett aus. Man sollte natürlich, wenn man das Spiel am PC spielt, so einen geilen Controller haben. Am besten einen No-Name-Controller, wo der linke Stick nicht geht. Eher, ey, Profi am Werk, ne? Das ist ein Chuck Norris-Controller. Chuck Norris lenkt nicht das Auto. Chuck Norris lenkt die Welt. Also auch wenn man sich für Autos nicht so interessiert, schnell fahren macht Spaß. Außerdem ist die Welt, die man da befahren kann, ziemlich groß und frei befahrbar. Also es gibt eigentlich keine Abgrenzungen und auch nicht so fette Pfeile, die so hier, da lang, du musst hier lang fahren. Die einem so den Weg zeigen bei irgendwelchen Runden. Und der Soundtrack zum Spiel ist richtig gut. Und so richtig schöne Autofahrmusik mit so ein bisschen Rock'n'Roll und ein bisschen Pop und ein bisschen Dubstep. Ist alles dabei! Ich habe mein Auto in die Brücke krachen lassen, ich habe zugesehen, ich ließ es brennen. Ja, das nenne ich schöne Autofahrmusik. Das Spiel sieht gut aus, hört sich gut an und ist spaßig, obwohl man nix anderes macht als Autofahr. Und deshalb bekommt Need for Speed Most Wanted von mir 4 von 5 Views. Bis zum nächsten Mal. 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 Umsch. schwere Brot-Ess-Level. Ich bin da noch nicht so gut drin, ey. Die Steuerung ist auch so blöd. Yes. So, noch mehr. Komm. Isst das Brot auf. Noch mehr. Yay. Gewonnen. Okay, dann zeige ich euch jetzt nochmal eben den Multiplayer. Lädt wieder ein bisschen. So, beim Multiplayer spielt man mit anderen... Okay, das war der Multiplayer. Bis zum nächsten Mal. Euer RottenBunnyCorps LP. Ah, voll geil. Obama hat ein Video hochgeladen. Gleich mal anklicken. Super lustige Vlogs vom Mr. President. Informative Vlogs vom Mr. President. Einfach geile Vlogs vom Mr. President. Was up, Leute? Ich bin's. Euer Mr. Preyze. Ich fress Pizza mit Käse. Mein Master. Herzlich willkommen zu meinem allerersten Videoblog. Äh, Vlog, wie die richtig coolen Leute auf YouTube sagen. Cool. Und ich bin jetzt YouTube Partner geworden. Das heißt, es wird Werbung in meine Videos eingebunden und ihr müsst das anklicken. Und ich krieg Fettkohle dafür, yo. Äh, Fettkohle ist übrigens eine Art Steinkohle, die zur Erzeugung von Wärme in der Industrie und zur Herstellung von Koks verwendet wird. Na, habt ihr was gemerkt? Ich hab einfach irgendein Mist in die Kamera erzählt. Und ich werd durch die Werbung dafür auch noch bezahlt. Das war mein erster Vlog. Peace out. Bis dann, euer Mr. President. Oh, schon wieder ein neues Video von Obama. Hoffentlich ist diesmal nicht so viel Werbung. Ah, starker Regen. Die Frisur hält. Schweiß und Hitze beim Sport. Die Frisur hält. Hurricanes und Naturkatastrophen. Die Frisur hält. Drei-Wetter-Cheft. Immer eine gute Frisur. Hi, Leute. Ich bin's, euer Mr. Prazer. Was up? Vlog Nummer 897. Ich hab seit mehreren Monaten mein Präsidentenamt und alle Aufgaben dazu einfach vergessen. Und wie meine Frau aussieht, weiß ich auch nicht mehr. Wasted. Ich brauch mehr Klicks. Bitte misst meine Videos und die Werbung darauf viel öfter anklicken. Ich brauch die Kohle, Mann. Ich mach ab jetzt alle zwei Stunden ein Video und erzähl euch super interessante Dinge. Wusstet ihr, dass Schmetterlinge mit ihren Beinen schmecken können? Stellt euch mal vor, Menschen könnten das tun. Ich stell mir das oft vor. Hey, Moment mal, du kannst jetzt nicht einfach verklicken, nur weil ich in jedem Video nur noch Mist erzähle. Ich muss meine Kinder ernähren und... Ach, total langweilig. Obamas Videos werden immer schlechter. De-Abo. Was guck ich denn jetzt? Ich geb mal bei YouPorn Merkel ein. Oh, God. Ja, ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch. Folge 13. Neue Freunde. Hast du schon gehört, dass heute ein neuer Schüler in unsere Klasse kommt? Ja, und sein Name ist angeblich Kai. Kai, hä? Hoffentlich sieht der gut aus. Aber du bist doch mit Motorschuh zusammen. Mit wem? Michuchu. Was? Michuchu. Bitte? Michuchu. Wie war das? Michuchuchu. Keine Ahnung, wovon sie redet. Kai, ne Ahnung. Hoffentlich ist dieser Kai kein Idiot. Kai heißt ein Arena-Leiter von Azalea-City bei Pokémon. Oh Gott, vielleicht ist er das ja. Liebe Kinder, begrüßt Kai, eure neue Mitschülerin. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Ein Mädchen. Hi, ich bin Kai. Ich komm aus Hawaii. In Hawaii ist Kai ein Mädchenname. Kai aus Hawaii ist kawaii. Ich kann auch was reiben. Ciao ist schlau und wow. Huch, ich hab mal ne Kreide fallen lassen. Warten Sie, ich heb sie für Sie auf. Oh nein, sie ist unter den Schreibtisch gerollt. Dankeschön. Wo soll ich mich jetzt hinsetzen? Oh, neben Ciao ist noch ein Platz frei. Neben ihm ist gar kein Platz frei. Mwaka, du sitzt ab jetzt vorne, weil du die beste Schülerin bist. Die beste. Hi. Ist es schlimm, dass deine Freundin jetzt woanders sitzen muss? Ähm. Sie ist nicht meine Freundin. Dann kann ich ja deine Freundin sein. Ja, das war's wieder von den Japano-Schlampen. Endlich hat Ciao eine Freundin gefunden. Aber Waka scheint nicht damit einverstanden zu sein. Schade doch beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht hat Kai einen unglücklichen Sturz von der Schultreppe. Der Schultreppe ist in der Schleppe. Der Schultreppe ist in der Schleppe. Der Schleppe ist in der Schleppe. Was ist so bekloppt, dass es nicht mal Kult-Mirror malen könnte? Kult-Mirror könnte kein einfaches Haus vom Nikolaus malen, ohne übertriebene Kunst hineinzudenken. Kadi kann kein Bild von einem Blubberblasen-Diamant-Drachen, der Staubsauger auskackt und im Panzer sitzt, malen. Drache, der Staubsauger auskackt und im Panzer sitzt, das ist einfach. Hitler auf einem Einhorn, lachend, mit Herzchen, Regenbögen und mit einem Pop-Tart. Als wenn Einhörner sowas Beklopptes wären. Ein Drache, der ein Auto fickt. Das wurde schon gemalt. Irgendwo auf der Welt gibt es jemanden, der das schon mal gezeichnet hat. Und ich kenne diese Bilder. Womit verbringe ich mein Leben, ey? Angela Merkel mit Sixpack. Ein Ravioli-essender Einhorn-Roboter mit Regenbogenfarbener Zunge, der kleine Hipster-Dreiecken an kleine Kinder verfüttert. Auf dem Roboter sitzt Sylvester Stallone mit Weihnachtsmütze und Partytröte, der mit Blitzen wirft. Er hat übrigens einen Meerjungfraumann-Fischschwanz. Das reicht jetzt. Gibt es sonst noch Fragen? Entschuldigung, ich muss wirklich. Danke, Olga. Sayalin fragt, kann man dich jemals im echten Leben treffen? Im echten Leben? Guck dich doch mal um! Ich bin hier drin gefangen! Tag und Nacht muss ich Videos für die machen! Nein! Nein! Ich will nicht wieder die Spritzen kriegen! Nein! Nein! Nein!